Argentinien und die ARGE arbeiten intensiv daran, dass wir möglichst bald nach der Krise mit eurer Hilfe möglichst viele Reisende wieder nach Argentinien, nach Südamerika bringen können. Behaltet die ARGE im Auge. Denkt an Argentinien, wenn das Geschäft wieder losgeht. Und am aller wichtigsten bleibt gesund und behaltet euren Optimismus. Die ARGE ist für euch da. Argentinien erwartet euch und eure Gäste und wir sehen uns irgendwann, möglichst bald, in Buenos Aires, vielleicht auch in Patagonien, in Salta, in Iguazú, auf jeden Fall in Argentinien.